Fabulantica Fabulantica, wie der Name schon sagt, ist eine Fabel, ein Märchen. Ein kleiner Zauberer hat sich weggezaubert und dann ist alles durcheinander geraten. Und statt dass er zur Mühle geht, um seinen Freund zu finden, hat er dann in der Mühle die Prinzessin gefunden. Alle Märchenwesen sind durcheinander in Fabulantica und alle suchen ihre Freunde und Nachbarn. Und wir müssen jetzt helfen, den ganzen Märchenwesen, ihre besten Kumpels wiederzufinden, die unter den diversen Türmen auf dem Spielbrett versteckt sind. Es gibt drei Auftragskarten, die jetzt sagen, wer zu finden ist. Und da versucht man sich dann zu merken, wo die sich versteckt haben, in welchem Turm und muss sich einen Reiseweg planen. Und das ist ganz neu und spannend für Kinder, denn da kommt so eine Taktik ins Spiel, die man vielleicht nicht in jedem Kinderspiel hat. Und das macht das Spiel dann auch sehr spannend. Erstmal müssen wir gucken, dass wir eine Figur finden und die sucht dann jemanden und den Gesuchten müssen wir dann auch noch finden. Für jeden Reiseweg brauche ich auch ein anderes Bewegungsmittel. Klar, auf dem Wasser brauche ich ein Schiff, durch die Wüste brauche ich ein Kamel, durch den Wald das Pferd und ins Gebirge reite ich mit dem Esel. Und diese Karten besitze ich mehr oder weniger und muss also gucken, dass ich damit plane. Es ist sowohl eine Konzentrationsübung als auch eine Merkübung. Es ist für Merkmonster und das sind Kinder ja nun mal, ganz gewaltige Merkmonster. Und es ist auch für Vorausplaner sehr schön geeignet, denn man muss mit seinen Handkarten gucken, wie komme ich am besten damit hin. Und da man mit Karten ziehen ja nie planen kann, muss man also auch flexibel sein. Und wenn man sich denkt, ach, da könnte ich jetzt schön geradeaus hin, aber na, da muss ich doch den Umweg gehen, wie komme ich am besten zum Ziel. Dann gibt es natürlich noch den fliegenden Teppich, wie es sich für ein Märchen gehört, wo man dann eben schnell draufhüpfen kann, wenn man die passende Karte hat. Genau dieses Planen, das ist bei Fabulantica total, relativ neu, dass man sich den Weg planen muss. Und sich merken muss, wo sind die Figuren versteckt, unter welchem Turm. Und dazu erzählt man sich auch eine Geschichte. Also der Dschinn wohnt jetzt vielleicht in der Mühle, weil er früher mal einen Freund hatte, der Müller war oder sowas. Das kann total verrückt sein, aber genau dadurch merkt man sich das. Sobald jemand drei Leute gefunden hat und auch noch deren Freunde, dann ist das Spiel zu Ende. Aber die Türme wechseln auch die ganze Zeit ihre Position. Das heißt, man muss im Grunde die ganze Zeit aufs Spielfeld gucken und darf nichts verpassen an dem Spiel. Man kann es mit bis zu fünf Leuten spielen, das finde ich total klasse für die Familie. Und die Familie kann deshalb auch gut mitspielen, weil Erwachsene sind im Märken nicht so gut. Da haben die Kinder einen Vorteil. Dafür können die Erwachsene vielleicht ein bisschen besser planen. Und das gleicht sich dann aus. Gut geeignet auch für den Nachmittagsbetreuungsbereich in der Schule, weil man da mit fünf Leuten auch schon mal eine größere Gruppe hat. Das ist ja nicht bei allen Spielen so. Und das finde ich ganz toll. Das Besondere an Fabulantica ist, dass man zwar diese Spielinhalte kennt, zum Beispiel aus Sagerland oder aus Elfenland, die ja auch damals jeweils zum Spiel des Jahres ausgezeichnet wurden. Aber dass man das schafft, die so weit herunterzubrechen und zusammenzufügen, dass man das in einem Kinderspiel, dass Sechsjährige durchaus auch schon spielen können und auch meinetwegen Fünfjährige schon in der Familie mitspielen können, das ist das Besondere daran. So etwas gab es vorher noch nicht. Und das ist unbedingt nominierungswürdig.